Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe ein paar Geschenke von meiner besten Freundin bekommen. Alina, sie hat auch einen Kanal. Sie heißt Alina Bocklitz. Gehen wir hier ins etwas hellere Jahr, da steht alles. Und das ist Haarkreide. Und ihr seht heute, huch, worum es in diesem Video geht. Ich werde mir heute die Haare verfern, also mit solchen Haarkreiden. Und ich müsste mir aber erstmal die Haare kennen. Und, ja, ähm, ich glaube, das wird eher blau oder rot, keine Ahnung. Und ich habe die Mädchen ausgepackt, wie ihr sehen könnt. Und, ja, so schaut bei ihr auf jeden Fall auch vorbei. Sie macht vielleicht heute auch ein Video, wir haben gerade telefoniert. Und, ja, wir gehen jetzt erstmal rüber ins Bad. Und dann machen wir das jetzt erstmal. Na, 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 na. So Leute, unser Pubi fährt auf gerade. Und, ja, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal hier die Tür zu. Mal gucken, ob ihr mich dazu sehen könnt. Aber ich glaube nicht, weil es hier etwas dunkel ist. Könnt ihr euch am besten hinstellen. So. Mal gucken, wie wir das machen können. Ne, das geht hier nicht. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin. Da seht ihr mich. Ah, ja, ich filme das Ganze. Und, ja. Das Problem ist, ähm, ich mache ein zweites Video, weil ich kann die Kamera jetzt ja nicht einstellen. Wartet. Ne, ich kann die Kamera nicht einstellen. Und, ja, es gibt ein zweites Video. Und, ja, ich kann die Kamera nicht einstellen. Erstmal. Und, ja, ich kann die Kamera nicht einstellen. nie